hallo und herzlich willkommen mein name ist vladimir radionov und heute möchte ich ihnen meine neue schiff die dianr vorstellen es ist eine russische kreuzer in die wunderschöne farbe green und wie sie sehen können es ist eine sehr schöne schiff mit drei wie sagt man auspuffrohre und eine schöne kalite hier kapitän stand für mich wo ich sehr schön kann schauen wenn ich lust habe ich gehe eine stocke werke höher oder noch eine stocke mit um zu leuchten mit die licht ja wir werden gleich eventuell eine kleine fahrt mit diese schöne diana machen ich hoffe ihnen hat das video gefallen und sie schalten bald wieder hier bei fernsehen moskau ein wunderschönen wunderschönen guten abend hier vladimir radionov